Jo, grüß dich! Noch ganz kurz vorab, wenn du dich bewerben möchtest, schau auf jeden Fall in die Beschreibung rein und jetzt geht es mit dem Trailer los. Auf jeden Fall schön, dass du bis jetzt auch angeguckt hast, auf jeden Fall noch ganz kurz zusammenzufassen, wir suchen Supporter, wir suchen Bilder und wir suchen Leute, die an unserem Release Tag dabei sind. Auf jeden Fall, wenn du Lust hast, kannst du gerne am 2.11. vorbeischauen, um 18 Uhr Release der Server und auf jeden Fall werde ich ja dann auch am Streamen sein und vor allem, wenn du vorbeischaust und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend oder Tag, wie auch immer, hau rein und ciao!